Es zeigt sich hier bei der Automechanika, dass es wirklich eine Leitmesse ist. Wir haben ja zwei Stände hier. Zum einen einen Stand, wo wir unsere Produkte und unsere ganzen Leistungen im Produktbereich zeigen. Auf der anderen Seite haben wir einen zweiten Stand, wo wir unsere, jetzt mit BrainBee verstärkt, unsere Diagnose- und Werkstattausrüstung zeigen. Mit der Diagnose fängt in der Werkstatt alles an, um einen Kunden mit einem Problem am Anfang, am Ende ein Fahrzeug in die Hand zu geben, was wieder so funktioniert, wie es am Anfang mal gewesen ist. Mittlerweile entwickeln wir uns wirklich mit einer rasenden Geschwindigkeit in Richtung Lösungsanbieter. Das ist das, was wir unseren Werkstätten, unseren finalen Kunden am Ende anbieten wollen. In den Geschäftsfeldern, in denen Mahle tätig ist, eine Rundherum-Lösung anzubieten. Ich vertraue dem Produkt. Ich vertraue auf Maßgenauigkeit, dass das Produkt da wirklich auch sehr gut passt und Güte der Grundmaterialien. Also, das meine ich wirklich todernst. Ich freue mich, wenn es den Kolben gibt. Ich freue mich, wenn es die Lagerschalen gibt. Dann nehme ich sie zu 100 Prozent. Brauche ich sie ein und weiß, dass ich da in diesen Baustellen keine Probleme habe. Wir bei Church Vic beschäftigen uns mit Ladeinfrastruktur für Tagesparker und Flottenbetreiber. Und so können wir eben 20 oder sogar noch mehr Autos gleichzeitig laden. Digitalisierung, Elektrifizierung und Effizienzsteigerung sind natürlich die wichtigen Schlagworte für Mahle und für die Automechaniker. Wir möchten natürlich bekannter und stärker werden. Wir möchten gerade mit unseren neuen Produktbereichen wie die Fahrzeugdiagnose oder auch Werkstattausrüstung in Europa wachsen und Marktanteile gewinnen. Spielchen disappointment. Schöne die Verkaufschicht. чемst, retail? Ex¬ H5 3 21 25